Wir sind gerade im Cyberpunk 2044, äh, Unterhaltung, deswegen nicht wundern, wenn es da gleich mit weitergeht, dann herzlich willkommen zurück, CS Noob, ähm, Pascal, Monodraht, der ist neul, den kannte ich noch gar nicht, als ich das gespielt habe. Ja, ich grüße jetzt meinen Monodraht aus, äh, One-Hit, ähm, ich spiele mit Rampy, und, äh, ich glaube, Fabi, One-Hit, Monodraht, Giftschaden, easy. Ist das drin, oder? Also, als ich das gespielt habe, da gab es kein Monodraht, und was richtig beschissen war, wenn man auf Schleichen gespielt hat, das Messer ist jedes Mal verschwunden, wenn man es geschmissen hatte. Und dann war das richtig assig. Ja, ja, das hat so viele kranke Bugs, aber jetzt, wo ich so anderthalb Jahre schmiss, beide, beide, beide. Ich habe noch gar nicht gedacht, dass es losgeht, ich dachte, wir sind noch in der Übung. Ja, er war tatsächlich da. Einen habe ich, einen habe ich, einen habe ich. Pascal hat noch, äh, 31. Ne, er hat noch 79. Pascal ist der 31er. Pascal ist der 31er. Rampy? Huh! Huh! Was war das denn? Da war gerade ein Mega-Lag, kann das sein? Bei beiden? Ja. Da war ein übler Leck bei mir, also irgendwie bin ich so um die Ecke, dann kam Fabi so rausgeswitcht, und dann, keine Ahnung, war ich tot. Corner. Nice. Ach, Mann! Wie viel hast du noch? Wie du ich, wie du ich, wie? Oh, eh. Hast du noch 30? Ich habe noch 13, ich hatte aber eben davor nur noch 69. Also ich war schon angefragt. Ich habe mich am Anfang schon mal getroffen. Mhm. E.T. Aber, du hast vorhin gesagt, die Map ist, oder wäre eine neue Map, ich habe die noch nie gespielt. Ja, nee, die ist nicht neu, es steht nur neu da. Ja, das war die, genau, wir haben auch schon mal gespielt. Na, los geht's. Hast du irgendwie eine Übersicht? Also, weißt du irgendwie... Links. Ja. Das ist immer so schön, wenn der Ray nicht dabei ist. Wir leben einfach alle länger, ne? Ach, nicht verstecken, Pascal, nicht verstecken. Ja, ich habe doch keine Ahnung, ich kenne die Map, ich weiß wirklich gar nichts. Oh, come on. Nice jemand. Popallerin, die Waffe hin. Links und rechts daneben. Ja. Ja, ist okay. Rampier, wir müssen. Ne, ganz ehrlich, das ist echt schwierig, wenn du gar keine Ahnung hast, wo jemand kommen kann, oder... Ich wüsste auch nicht mal, ich wüsste nicht mal, wo der Bombenplatz ist. Ich drückte den Headshot. Alter, ich hab's wiedergelegt. Pascal hat noch vier. Pascal hat noch vier. Boah, weißt du, wie lange ich noch hab? Du siehst, du siehst, es wird immer angezeigt, wie viele Treffer du gemacht hast. Boah, okay. Und dann kannst du es ausrechnen. Also, ich habe dir drei Treffer mit 96 gemacht und deswegen war klar, du hast noch vier. Okay, okay, also wird es ja angezeigt, habe ich... Ja, ja, ganz kurz, bevor du gestorben bist. Okay, okay. Ja. Okay. Aber man sieht sich extrem schnell auf der Map, ne? Ja, ja. Ja, ja, mini winzig. Hat um die Ecke und schon... Habt ihr auch immer so Legs, oder geht das nur mir so? Ich weiß nicht. Ne, ich habe auch gerade. Bisschen nervig, ey. Links, reicht, rechts, rechts. Ich drück mir wieder den Headshot. Trampi, einer ist down. Keine Ahnung, wo der andere ist. Und ich habe auch... Ich weiß nicht mal, wo die Bombe hingelegt werden muss. In der Mitte, da gibt es in der Mitte so einen Platz. Ah, hat er nicht gesehen. Extra Money mitnehmen. Ähm, ich habe... Naja, wie weit es geht. Ich nehme ne... Ah. Let's go, let's go. Ja, ich muss anders spielen. Ich habe ihn geholt. Ich habe ihm aber... 14 Schaden gemacht. Hä, wo sind wir? Nach dem Tod wird es jetzt angezündet. Pascal, das waren jetzt 5 Headshots ineinander. Was machst du? Das ist unglaublich. Was ist los? Was ist los denn durch? Riesen. Fucking 5 Headshots ineinander. Ich denke, ey. Ja, ich spiele momentan viel. Also, nicht PC, aber Konsolen. Cyberpunk mit Monodrat, wo du einfach nur RT klicken musst. Geil. Oh nein, ey. Ah, verkackt links. Links über die linke Flanke kommt es ab. Und ich habe es wieder nicht gesehen. Ich konnte jetzt nicht sagen, was ich ihm gedrückt habe. Ich glaube nicht viel. Ganz unten in der Mitte steht es immer ganz kurz da. Ganz unten in der Mitte. Okay. Du hast so einen Grenzladen. Heißt? Ah, schade. Sehr gut. Ja, war mies. War mies. Aber war gut. Der erste war gut. Was habe ich dir gedrückt? Ich glaube, 60, 70, sowas. Ich mag echt die Galil. Ich finde das als so recht günstige Waffe völlig in Ordnung. Ja, genau. Was? Das war ein kleiner Headshot. Ich habe ihm nichts getroffen. Habe ich ihn nicht getroffen, Pascal. Einer down. Einer down. Ich bin weg. Mitgekriegt? Alter, ich hätte gedacht. Ich habe dich... Ja gut. 94. Alter, das war bitter. Oh, naja, das war knapp. Pascal, du hättest ihn im Einball treffen müssen. Dann hättest du gereicht. Ich weiß, ich weiß, du mir leid. Dann waren meine 8 Schaden an Simo und der Unterschied. Der war wichtig. Der war ganz wichtig. Rampy, richtig wichtig. Rampy, richtig wichtig. Rampy, richtig wichtig. Rampy, richtig wichtig. Im Hintergrund, im Hintergrund am Laufen? Ne, eigentlich nicht. Ich gucke jetzt mal. Bad. Ich dachte, du kannst ihn mal so machen. Aber er steht hinter der Ecke. Ich konnte ihn easy abschießen, ohne dass er irgendwas zurückgeschossen hat. Verlassend. Das ist gerade ein bisschen komisch. Aber mir läuft eigentlich nichts. Ich muss gleich mal hier den Ruder checken. Aber das habe ich bei ICS schon mal gehabt. Naja. Naja. Ich schieße links. Einen Treffer habe ich nur gelandet. Und sonst nur so einen schönen Kranz umherum geschossen. Oh, damn. Das war richtig dumm. Ich war echt krass. Links oben war er. Also da drüben. Oh, jetzt ist er da drüben. Nice. Boah, der Revolver ist schon heftig. Ja, was ist das? Der Revolver, den nehme ich jetzt mal. Ich klamere Fabius Revolver. Okay, Simon. Come on. Let's do that. Ja, leck mich. Ah, natürlich im Springen. Wo ist er? Im Springen. Da, ja. Ah. Nein. Der Pascal drückt einen weg. Das ist unglaublich. Acht leute Schaden habe ich ihm gedrückt. Digga. Zwei habe ich noch. Er rennt rum und springt einfach. Easy. Kein Problem. Okay, der Revolver ist scheiße. Der muss nämlich draufbleiben, dass er schießt. Ja, habe ich auch gesagt. Ich muss mit der Hand. Spann. Ja, das ist... Weißt du, er stürmt einfach vor. Die Brandlandgranate macht ihm nichts. Oh, ich war am Nachladen. Ja, ich habe die Granate fliegen sehen. Bin dann einfach nach vorne gerannt. Rechts oben waren sie. Nichts ist er. Boah. Na, schade. Timone. Mensch, Ball für die, ne? Ja, ich siehs. Frampi, dein Ernst? Ja. Okay. Why not? Danke, Fabian. Danke, Fabian. Ah! Ech. Zwei Headshots. Fabian läuft durch die Tür, sieht, dass einer kommt, dreht um und blockiert mich, dass ich nicht mehr reinkam. Oh, Mann. Dann muss ich nur schießen. Gut. Ja, Leute. Hinrunde. Ja, war schön. War gut. Ah. Ja, ich habe es gefühlt. Ja, anscheinend schon. Was gerade fühlt, ja. Wir müssen Terror, Fabian. Wir müssen DT sein. Und Fabian, nimmst du nochmal deinen Revolver? Immer wieder. Ich habe die Konsole geöffnet. Was ist denn heute los? Krampi, ich habe nicht mehr viel. Nice. Ich stehe da und gehe raus und drücke auf die Konsole, dass sie sich einfach offen im Gang rumstehen. Oh, Leute. Oh, Leute. Die Konsole ist gar nicht aktiviert. Wie kann man die deaktivieren? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, aber normalerweise ist das auf diesem Gratzeichen und so, ne? Ja, ja, eben. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Ja, da kann ich nicht. Geht bei mir nicht. Ach, war es, Alter. Der war schon da oben. Oh, voll verzogen. Ich glaube, ich habe ihm gar nichts gemacht. Ah doch, 142. Hä? Ich... Ne, ne, das ist unterhalb. Ah, okay. Ich habe viele Konsole geöffnet. Ah, okay. Ich habe die Waffe. Ich versuche zu wechseln. Das war der Grund. Okay, ich muss das auch irgendwie deaktivieren. Oh, mein Gott, Alter. Da sind die beide sich angucken. Drückt sich den Hatscher wieder. Mann, der hat auch noch eine gebraucht, ey. Ja, sie haben beide gebraucht. Es ist bitter, wie das so langsam gewesen. Da wäre jetzt noch eine Blindgranate gut gewesen. Irgendeiner hat eine gehabt. Ich habe nämlich eine aufgenommen. Ja, die hatte ich. Oh, das war nicht gut. Der Martin ist lang. Hat ein paar. Oh, ja, klar. Er war klar, dass du da sitzt. Hey, Simon. Ah, ah, Simon. Ich habe die Bombe lenkt. Was ist jetzt passiert? Ich habe die Bombe da angehabt. Was ist passiert? Du hast Fabian gekehlt und ich stand noch hinter Fabian. Und dann habe ich das dann. Ah, okay, 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 okay. Oh, Gott, Alter. Was ist jetzt passiert? Gar nicht klar gekommen. Ich bin da drauf. Also wirklich. Wow, okay. Die fliegt so kurz. Natürlich drückt er mir direkt in den Headshot mit zwei Treffern. Wow, nice. Fuck. Wow, scheiße. Der war jetzt ungünstig. Alter, was ist das für eine Minimap? Yep. Putal, echt. Ei, ei, ei. Ich habe gerade gelernt, wie kurz wirklich manche Dinge fliegen. Wie kurz manche Dinge wirklich sind, oder was? Ja, wie kurz manche Dinge wirklich fliegen. Fällt mir auch immer wieder auf. Okay. Jetzt sicherlich drückt er mir den Headshot, ist klar. Martin, es muss halt... Komm, fahr rein. Ja. Ah! Nice. Money! Wo ist deine Waffe hin? Wo ist deine Waffe hin? Ach, shit. Die ist sonst wohin geflogen. Farb, 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 farb. Rechts, Mann. Ich gehe nicht. Egal, da kannst du ja echt Calls machen. Rechts oder links. Mehr gibt es nicht. Egal, da kannst du ja auch nicht sagen, was ich nicht sagen kann, was ich nicht sagen kann. Ach, Mann, ich... Ja, das ist ein bisschen nervig. Aber ich weiß gerade echt nicht an, was es liegt, ja. Und links. Da war er. Alter, da hast du Fabi erschossen. Hätties. Rechts oben war Fabi. Wie weit ist die Brandgranate geflogen? Hat die dich irgendwie... Äh, nee. Direkt vielleicht so, also... Zwei, drei Meter vor mir. Und dann bin ich einen Schritt zurück. Dann war wieder gut. Ah, okay. Aber immerhin so weit geflogen. Okay, das. Ja, doch. Die ist schon weit gekommen. Alter, was ist denn los? Bei mir lag das so brutal. Du Mann, ist es nervig, ey. Als ob die zurückfliegt und mich selber blendet. Ach, die hat dich geblendet. Die hat mich geblendet. Ich speise extra in die Kante. Die fliegt gerade wieder zurück in meine Richtung. Lebt Fabi noch? Ja. Achtung. Haben gesehen. Ja, ich muss mal kurz hier was gucken, ey. Das bringt überhaupt nichts bei mir. Was, du musst was gucken? Ja, wenn es so überleckt. Äh. Äh. Ich komme. 20 Sekündige Kaufzeit abgelaufen. Ich habe jetzt gerade meinen, äh, ja. Oh Gott, da habe ich da hingeballert. Mein WLAN-Stick ein bisschen korrigiert. Ja, das ist zufälligerweise sogar Fabis Waffe gewesen. Ich glaube, Pascal ist auch genau da. Ich glaube, ich nach hinten weg. Ich bin tot. Ja, genau. Hau mich doch weg. Ach, komm, lass mich doch kurz nachladen, ey. Ne. Pascal ist halt sau stark. Schon wieder 7 kills. Das ist echt übel. Ich bin sau schwach, ey. Ja. Aber ich hoffe nicht, dass einiges korrigiert wird. Ja. Wann? Ah. Da steht eine alte Vespa. Fabi, hast du eine noch? Ich habe eine noch, ja. Nice. Vespa! Schon, schon da ist es gefährt. Ja. Auf jeden. Das kann was. Sind schon bei uns? Oh, Pascal, was war das denn für ein Guffelkampf zwischen uns? Alter, hör auf. Beide sechs Treffer. Das ist schlimm, Alter. Richtig schlimm. Oh, er ist Mitte. Ich habe ihn einmal getroffen. 56 oder so. Ich weiß nicht, ob das der Hit war. Ja. Ja, da in die Richtung, ja. Links ist er rüber. Alter, was hast du, eine Uzi? Ja, ja. Kann man die sich am Anfang kaufen? Ja, ist ja eine Pistol-Uzi, aber die ist nicht gut. Ah, okay. Okay, okay. Dann nehme ich lieber die USP, echt, ey. Ja. Shit. Okay. Aber bis jetzt habe ich keine Lacks, das ist schon mal sehr gut. Oder ist das die, die ich auch hatte? Die schießt echt automatisch, ne? Scheiße, dumm gemacht. Unter, unter links, der ist tot. Kann leider hier nicht durch. Ja, ich soll die Blankgranate für andere Dinge nutzen. Das ist nicht so. Was glaubt denn, Galil? Ja, bei mir, bei mir. Fuck, hab ich ordentlich gefressen. Ja, was denn? Willst du mich verkack-eiern? Boom! Nigga! Was geht denn? Ein, gibt einfach nicht um. Ich verlicht euch alle! Immer noch nicht genug Kohle. Das gibt's doch nicht, ey. Ach, soll's. We kill them all. Oh, shit. Ah, guck mal an. Beide zentral. Oh, Fabian hat richtig gefressen. Ich bin tot. Ah, okay. Ja, doch still. Keine Ahnung. Rechts unten, rechts unten. Ja, da links. Sehr schön gekommen. Wie kann der nicht tot sein? 94 wieder. Es reicht nie. Es reicht nie, dass sie umkippen. Es reicht einfach nie. Die Mann hat auch die ganze Kohle aus, die du hast. Jetzt muss mal. Es ist so belastend. Okay. Die ganzen, die jetzt zugucken und posten in CS sehen, werden dann sagen, oh, du hättest die Waffe zurücksetzen müssen oder sonst irgendwas. Ja, von mir aus. Keine Ahnung. Was? Zurücksetzen? Wie geht das? Oh, richtig. Ah, ist in der Mitte. Oh, hab ich richtig verkannt. Zum ersten Mal hab ich die M4 und gleich fällt mal jemand. Ich war auch noch nie auf der Position, muss ich echt sagen. Gut, also du warst viel schneller, aber ich hab auch keine Ahnung, wo ich da rausgekommen bin. So, hey, wo guckst du jetzt hin? Du kanntest einfach nicht, wo kann man sitzen. Das ist schon. Das bei CS. Was mir am Anfang auch null bewusst war, wie wichtig dieses Langsamen oder Schleichen ist. Oh je, der Rampi riskiert. Ist das resorben? Äh, in der Mitte. Also jetzt rechts rum und dann in dem Innenhof. Aber schon unten? Ne, ne, noch nicht unten. Ja, das ist ruhig, glaub ich. Ja, da. Ja, genau. Ist besser, gell? Erst bei mir. Links. Durchwechselt, ey. Ja, bei mir. Lang. Oh! Und jetzt auf, er ist die Waffe hat. Das ist... Geh nicht raus. 6 Sekunden. Geh zurück, geh zurück. Fabian, was sagst du denn? Geh rein. In zwei Sekunden. Fuck, ich dachte, er läuft mitte durch. Mann. Aber der Schuss mit der AWP war nice, Alter. Ich dachte, er läuft mitte durch. Oh, okay, super. Ich hätte da nicht raus sollen, war mein Fehler. Ich hätte da einfach wegbleiben sollen. Spielt er mit der AWP, hätte ich nicht mitgerechnet. Ja, mit der AWP. Die Sniper überraschen dann manchmal schon. Ich glaube, ich habe Tinte getroffen. Ich habe schon wieder Hits. Ich weiß aber nicht, woher. Alter, Fabian hat mich. Ich bin rechts lang, ganz rechts. Da liegt die Bombe bei dir, Fabian, ne? Alles klar. Dann können wir erstmal easy spielen. Ja. Sorry, Martin. Ich verköck's gerade. Okay, ja, ich guck, ich guck, ich guck. Sonst wo? Ja. Ja. Ein freudiges Abwarten. Ja. Genau. Die Hühner verraten mich, Martin. Was? Die Hühner verraten mich? Das habe ich zu spät gesehen. Die Hühner haben gar keinen, wenn du durchläufst. Echt? Okay. Echt? Okay. Keine Ahnung, Alter. Könnte ja sein, ne? Alles möglich. Ich habe das Gefühl, ich spiele besser ohne Granaten. Äh, ja. Simon. Let's go. Flashbang. Flashbang. Hö, ich weiß. Hä? Also ich sitze momentan echt scheiße. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Also ich war im Innenhof. Ich bin gerade Richtung Innenhof. Über die rechte Seite. Genau da war ich auch gerade, ey. Boah, es läuft gerade gar nicht für uns. Komm, Martin. Aber das regeln wir noch. Ich habe dich da vermutet, Martin. Ich habe dich gehört. Was? Du hast mich gehört? Ich habe die Schritte auf der linken oder auf der rechten Seite gehört. Ich habe null Schritte gemacht. Ein Schritt zu viel vielleicht? Warte, alles meine Schritte. Ich war schon tot, aber okay. Dann haben dich Pascals Schritte verraten. Der schon im Tod war. Okay, die haben eine komplett andere Taktik, aber sie funktioniert. Die Taktik heißt, dass sie kommen. Ja, ist echt so. Ist auch richtig. Auf der Seite wie der Seite. Auf jeden Fall. Vor allem beim Matchball, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Hä? Ich drück ihm doch voll im Kopf. Hat die Blendgranate irgendwas bewirkt? Ja, ein bisschen schon. Ich habe sogar zwei geworfen. Doppelte Blende. Ja, ich weiß. Zwei, zwei. Nimm den da an, wo du gerade warst. Hm, okay. Oh, ist das bitter. Wir waren doch so nah dran, ey. Ne, wir könnten immer noch gewinnen. Das ist noch nichts gewonnen. Natürlich, wie ist das kein Headshot, bitte? Ihr habt den gut rausgerettet. Das war ja so, ich glaube, wir hatten fünf oder sechs Matchbälle, oder? Ja. Vor allem, ich glaube, ich bin auch zufrieden, ja. Branscher hat 58. Ich habe tatsächlich mal Branscher gemacht. So, lieber Leute. Frustrierend. Hier habt ihr jetzt Noob gesehen, ne? Noob erste Runde, Noob zweite Runde. Die Noobs haben in der zweiten Runde ein bisschen noch was besser gemacht als in der ersten Runde. Aber, lieb Noobig, konstant. Darauf könnt ihr euch verlassen. Wenn ihr guckt, wenn ihr mit uns CS Noob Wingman schaut. Also, in dem Sinne, bleibt Noobig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.